Da unten waren aber Luftblasen. Ich wette, da überlebst du. Sicher? Ja. Okay, ich geh nochmal runter. Oh Gott. Oh Gott. Beniel. Lauf. Beniel, ja, da ist er doch. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Stranded Deep und damit... Hallo Beniel. Hallo. Na mein kleiner schizophrener Typ in meinem Kopf innen drinne. Wir haben Ende der letzten Folge noch ganz schnell dieses Shelter gebaut. Das war letztlich nach der Verabschiedung, weil sonst konnte man einfach nicht speichern. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir vielleicht doch nochmal einmal schlafen. Jawohl, können wir. Und dann müsste doch jetzt wieder Tag sein, damit wir auch ein bisschen was sehen. Tatsächlich. Oh, hier. Oh, ist das schön, meine Damen und Herren. Dein Bett? Wo ist mein Feuer? Dein Feuer, meine ich. Das ist einfach weg? Warum? Also es hat sich komplett... Ach nee, da ist es. Auch da. Empty Campfire. Ja, aber wir holen uns was wesentlich Besseres, nachdem wir jetzt ja auch gelernt haben, wie wir tatsächlich Fische ordentlich rösten können. In diesem Sinne müssen wir einfach mal gucken, dass wir... Das Kindling brauche ich ja nicht. Ich hole mir nochmal ganz schnell irgendwo Holz und dann mache ich mir so ein... Eine Kogosnuss. Och. Wie geht's dir denn? Guck mal auf deine Uhr. Ach so, ja, warte. Oh Gott. Ich muss unbedingt was trinken. Du verdurstest. Ja, ich brauche die Kogosnusswasser. Ich... Ah, warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich dropp die einfach. Und dann schnapp ich mir mein... 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 Schwert. Und dann... Nee, warte. Wo ist hier das? Stone Tool. Und dann klopp ich das... Drinkable Coconut. Hast rein. Und jetzt... Das war's? Ich schlürfte... Hä? Hä? Ha. Trink ich gerade? Ja. Oh. Hui. Keine Ahnung, was macht... Ich weiß nicht, was ich... Warte mal, ich guck mal. Ja, ich hab was getrunken. Aber wie wenig. Ja, ich kann die nicht nochmal benutzen. Also ich hab sie wirklich ordentlich ausgeschlürft. Ja, aber das ist ja kein Problem. Hier sind ja noch mehr Kokosnüsse. Was? Ja, ja. Zack. Einfach easy going. Bist ein Affenmensch. Ich bin wirklich ein Affenmensch. Dann... Nehm ich einmal Pickup. Die kann... Das ist doch jetzt ein Scherz. Weil hier einfach dieser Palm Tree im Weg ist. Mann. Das ist doch... Doch. Dann von der anderen Seite. Ne, 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 ne. Da war eben... Die Kokosnuss wird kommen. Glaub mir. Eins in zwei in vier. Da kam es doch diesen... Ähm... Von Dschungelbuch. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich möchte die Kokosnuss... Ja! Da war's. Ich hab sie, glaube ich. Ja, ich hab sie. Jo. Zauber. Oh Gott. Oh, das war knapp. Oh, das ist direkt sogar so eine Yoga. Das ist ja alles hier. Warte. Erstmal hier. Droppen. Nichts mal hin. Und droppen. Zieh ihn voll ab. So. Jetzt nehm ich doch die andere. Ja, genau. Halt gedrückt. Ja, mach ich doch. Ach so. Aber dann... Hey. Dieser... Guck mal nach unten. Da ist noch ein Schiffswrack. Oder? Ne. Doch da. Oder? Siehst du das? Das ist doch nicht das, wo ich war. Ne. Das war auf der anderen Insel. Ja, warte. Da können wir doch direkt mal... Ich muss mich meiner Angst stellen, Schlengiul. Weil ich bin doch jetzt bestimmt gut drauf. Das ist ein Scherz. Das ist ja... Warte, aber wenn ich jetzt nochmal die dritte, dann hab ich drei wenigstens. Ich glaub, es gibt auch noch so einen Structure, mit dem man so Regenwasser oder so aufsammeln kann. Muss es ja, weil ich kann ja... Sonst verbring ich den ganzen Tag damit, in irgendeiner Weise hier Kokosnöse zu trinken. So, ich guck jetzt mal hier auf C. Structures. Da gab's auf jeden Fall Smoker. Furnace. Hobo-Stove. Es muss auf jeden Fall... Ja, ist es das? Leute, falls ihr da eine Ahnung habt, schreibt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Denn wir werden jetzt erstmal aufbrechen mit unserem Schlauchboot. Ja, aber was machst du denn, wenn du Durst hast? Ja, ich muss dann notfalls immer die Kokosnüsse. Aber vielleicht gibt's eine bessere Alternative als Kokosnüsse. Und das schreiben dann die Leute einfach in die Kommentare. Ich muss jetzt... Stimmt. Ich brauch unbedingt noch einmal eine Plank. Beziehungsweise einfach nur so einen guten alten Stock. Damit ich mir... Ähm, nochmal so einen Fishing-Stissel machen kann. Hier, weißt du? Ähm... Fishing-Spear. Weil selbst wenn ich jetzt gleich nichts da finde, dann kann ich einfach mir so einen Fischi holen. Den ich dann gleich noch ein bisschen rösten werde. Zack. Einmal Interact. Und dann... Oh! Da war wieder so ein kleiner Seestern. Roll, roll, roll your boat. Auf in die Weiten. Generally down the street. Weil ich hab ja gelernt, Riffhaie, die sind nicht so gefährlich angeblich. Die sind nicht so angriffslustig. Wenn jetzt allerdings gleich so ein Weiser... Weiser Willi kommt. Weißt du, so ein großer Weiser. Oder ein Orca. Ne, ich glaub, Orca-Wale gibt's nicht. So, warte. Ah, oh ja. Gehen. Okay. Geh freien. Warte, ich muss ja wenigstens... Schlürf. Warte, ich nimm aber mein Schwert. Achso. Musst du mich so erschrecken? Siehst du irgendjemanden? Nee. Nee. Okay, ich mach... Egal, ich geh runter. Geh einfach rein. Okay, okay, okay. Mach ich, mach ich. Ich guck mich einfach nicht großartig um. Ich tu einfach so, als würde mich niemand sehen. Zack, das hab ich jetzt einfach mitgenommen. Neue Kiste. Ja. Oh, dein Atem. Oh, ja, ja, ich geh nach oben, ich geh nach oben, ich geh nach oben. Oh. Und springe dann direkt kurz mal aufs Boot, um die Lage zu checken. Nicht, weil ich Angst habe. Aber das ist jetzt einfach nur, da muss doch auch was in dem Wrack drin sein. Ich muss halt irgendwie checken, wie ich möglichst schnell da irgendwie eine Öffnung finde. Bestimmt links oder rechts, weil es muss ja gekentert sein. An der Seite, ja, ja. Ja. Ich mach jetzt du... Oh Gott, geht das hier tief. Oh Gott, oh Gott. Andere Seite? Da komm ich... Ja, ja, es muss auf jeden Fall... Ich muss sowieso jetzt nochmal auftauchen. Hast du ein Hai gesehen? Ne, ne. Achso. Lieg mich bitte nicht an. Ne, ne, natürlich nicht. Nein, da ist keiner. Und jetzt springen. Go. Okay. Hier ist nichts offen. Das ist so, als wenn man... Warte, da drüben! Das sieht wesentlich besser aus. Ja. Ach, das ist auseinanderge... Ah. Hä? Achso. Sorry. Ich geh wieder hoch. Oh Gott. Ist das Boten-High, was? Jump to... Hä? Okay, alles easy. Das ist total schade, dass man nicht länger unter Wasser sein kann. Das geht bestimmt. Mit nem... Mit... Keine Ahnung was. Ja, jetzt... Jetzt kann ich hier... Jawohl. Aber hier sind Reifen... Ja, was ist da denn? Ja, die Reifen kann ich nicht mitnehmen. Interact. Jawohl! Ne Tür. Und da gibt's Luft. Da links. Da gab's Luft. Wo? Wo? Hinter dir. Hinter dir in nem anderen Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Ich muss raus. Ja, ich muss raus. Ich werde ertrinken. Ich werde ertrinken. Ich werde einfach sterben. Nein! Ich bin... Ich bin... Oh Gott sei Dank. Da unten waren aber Luftblasen. Ich wette, da überlebst du. Sicher? Ja. Okay, ich geh nochmal runter. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Benil. Lauf. Benil, ja, da hängt er noch. Ja, ja, ja. Oh Gott. Da hängt er ins Wasser, ins Boot. Oh Gott. Von wem, die greifen nicht an? Ja, denn. Verpiss dich. Warte mal. Warte mal. Stich einmal zu. Alter. Oh Gott. Ja, der hat mir auf jeden Fall Damage gemacht. Ich muss jetzt hier erstmal weg, weil der... Oder das war das Wasser. Nee. Hä? Wieso soll der denn das... Hä? Ja, weil du ertrunken bist. So halb. Nee, der hat mich... Ey, der verfolgt mich doch jetzt hier gerade. Der denkt sich doch nicht... Ach ja, ich schille ich bei... Guck mal. Guck dir das an, wie er mich verfolgt. Der hat mich auf jeden Fall angebissen. Einbildung. Der mag dich. Ja, ja. Wollen wir Freunde sein, Mr. Hai? Wo ist er hin? Ah, sorry. Er ist weg. Oh Gott. Ja, aber auf jeden Fall mal wieder männliche Aktionen verbindet. Ah! Aber ich wollte trotzdem... Oh, warte. Hier. Mir einmal einen Fisch holen. Bin ich... Ah, ich bin voll. Ah, ich habe auch immer noch Small Meat. Aber ich habe einmal einen Air Tank. Useful for deeper Dives. Also das geht auf jeden Fall, dass man sich sowas craftet. Drinkable Coconuts. Äh, die ist leer. Die kann ich wegschmeißen. Dafür kann ich mir aber den Stick holen. Und ich werde auf jeden Fall hier vorne mir nochmal... Ich gucke mal kurz hier drauf. Ja, ich habe auch ein bisschen Hunger. Einen Fisch holen? Ja, ja. Ich will mir so einen Fischi holen. Ah, hier ist direkt auch ein Wrack. Also ich könnte gucken, dass ich da vielleicht nochmal hinschwimme. Oder ich... Ne, ich werde erstmal... Nicht, dass ich tatsächlich sterbe. Ich werde jetzt gucken, dass ich mir hier so eine Sardine... Komm her. Hol dir die Beute. Ja, ich habe die Beute. Ja. Okay, schnell wieder zurück. Mh, lecker. So, dich röste ich, Alter. Du wirst richtig geröstet. Einfach eine Sardine. Das war ein Essen für heute. Wer hat die Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss geklaut? Na, hier bin ich. Ich brauche... Hallo. Guck mal, der ist der Einzige, der mir nicht... Na, den solltest du essen. Nein, der ist der Einzige, der nicht versucht, mich umzubringen. Ah, warte. Ich werde... Hier einmal... Ähm... Das kann ich ja ruhig hier hinlegen. Hier steht aber nicht to skin. To pick up. Ah, perfekt. Guck mal, jetzt droppe ich den. Bah, voller Sand. Und... Skin. Ah. Oh, yeah. Zack. Und da haben wir ein bisschen was davon. Aber mein Ziel ist es jetzt, doch noch eine andere Structure zu craften. Und zwar... Das war das, was wir ja schon mal gemacht haben. Einfach ein Firepit. Das kann ich sogar jetzt schon machen. Keine Ahnung. Ah, ich glaube... Ja, genau. Man kann das nur um das Holz rum machen. Ach so. Genau. Und ich weiß aber... Dann brauchst du beides. Ja. Ach so, du kannst es auffrischen. Okay. Scheinbar. Und dann nehme ich mir die Kindlings. Ja. Und E to Light. Perfekt, los. Rubbeln. Natürlich vor dem Feuer. Nee, nee. Ich kann das ja... Das reinwerfen bringt nichts. Man muss ja irgendwie... Man muss ja das so aufheben. Ach, dieses Halten. Ja. Ich glaube nicht, das geht... Doch, 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 doch. So. Ah. Zack. Und jetzt lege ich das da so drüber. Ui. Und das... Genauso. Boah, beeindruckende Erkenntnisse. Ui. Also das mit dem Trinken macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ja, du brauchst das andere Teil da. Dieses Hobo. Glaubst du, das ist der Hobo-Stove? Ja, ja. Dass man... Ja, aber das macht doch... Nee, das macht irgendwie... Guck mal dein Essen. Glaubst du, das ist schon... Nee, ist immer noch nicht durch. Was? Ja, das braucht halt richtig lange. Ich hätte voll Angst, dass das da anbrennt. Ja, hätte ich auch. Aber vielleicht wird das... Nee, es wird auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich steht dann da irgendwann... Guckt Small Meat. Das macht irgendwie schon am meisten Sinn. So, warte. Dann nehmen wir hier Kokosnuss. Einmal, zweimal. Hä? Wann hatte ich denn? Hammer! Das ist da drin. Ach so! Das ist da drin in dem Backpack. Nee, nee, das war in dieser Woodcrate. In der Kiste meine ich ja. Ja, und ich hab ja noch die andere. Und jetzt pack die mal. Ja, eben. Mal gucken, was hier drin ist. Yo! Flare Gun. Ne Flare Gun. Nochmal ein Hammer. Tarp. Strong Building Tool with good durability. Required for building. Alter, das ist mega gut. Oh, das... Das Fleisch? Ja. Ja, ja, das stimmt. Da steht jetzt auch, guckt. Pick up. Und das ist noch nicht durch. Da nicht, ja. Da schnapp ich mir dann erstmal hier die Kokonuts. Oh, jetzt wird... Jetzt gibt's richtig schön was zu essen. Oh. Und schon ist es weg. Aber es hat ordentlich was gebracht. Und ich hab auch, glaub ich, schon wieder ein bisschen... Nee. Leben hab ich, glaub ich, noch nicht regeneriert. Ja, aber dein Durst. Ja, ja, das... Also, wenn du jetzt gleich ins Bett gehst, dann bekommst du bestimmt ein Problem. Ja, aber das eine Mal hab ich auch tagelang ohne Wasser überlebt. Also, wir sollten da auf jeden Fall Acht geben. Aber, Leute, wie gesagt, schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wie wir das irgendwie hinbekommen, dass wir da keine Probleme mehr haben. Weil hier, guck mal, ein Hobo-Stove sieht eher aus wie irgendwas noch zum Solar... Ah, warte, das Solar-Still? Keine Ahnung. Das sieht so aus, ja. Aber das da oben... Also, was soll das denn sein, das Hobo-Stove? Irgendwie, wo man... Nee, 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 aber guck mal. Guck dir das an, das ist irgendwie so ein... Nee, nee, das sieht so aus. Guck mal, siehst du dieses Solar-Still? Das ist so eine Plane. Ach so, für Regen. Ach so, ja. Ja, genau. Das sieht eigentlich am ehesten so aus. Ja, was brauchst du denn dafür? Äh, Rock? Also, davon hätte ich eigentlich fast alles. Okay, Leute, das machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, sodass wir am besten nicht verdursten. Leute, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.